hey leute ich bin's mackpaprik ja in diesem video geht es um das thema unkraut im rasen wie kann ich das verhindern wie kriege ich das wieder weg wenn mein rasen einmal so befallen ist wie dieser hier ja das alles jetzt hier in diesem video jeder gärtner hätte natürlich einen schönen dichten grünen satten rasen ohne unkraut aber wie kriege ich das überhaupt hin wie verhindere ich das unkraut immer im rasen entsteht ja das ist eigentlich gar nicht so schwer ihr müsst da nur einige wenige pflegehinweise beachten wichtig ist dass ihr dem unkraut keinen platz gebt ihr müsst also dafür sorgen dass der rasen dicht und kräftig bleibt und ja wie macht ihr das ganz einfach dazu müsst ihr den rasen einmal regelmäßig mähen im sommer mindestens ja jede woche im frühjahr und im herbst nur noch alle zwei bis drei wochen durch das regelmäßige mähen da wird der rasen kräftiger das ist ja fast so wie beim bad wuchs wie man sagt regelmäßiges rasieren soll den bad auch kräftigen so ist es beim rasen der verzweigt sich dann immer mehr wird kräftiger und ja schließt dann auch lücken und bietet somit unkraut keinen platz zum wachsen ebenfalls ist es wichtig dass man darauf achtet dass der rasen ausreichend bewässert wird das heißt wenn es wenig regen gibt dann müsst ihr dafür sorgen dass ja ihr euren rasen selbst bewässert damit der rasen nicht verbrennt vertrocknet denn so entstehen dann auch kahle stellen und ja wo kahle stellen sind kann dann wieder unkraut wachsen ist es nämlich so dass unkraut manchmal mit weniger wasser zurecht kommt als der rasen und sich genau dann solche kahlen stellen sucht und da ja die dann auch findet wenn ihr euren rasen nicht ausreichend gewässert hat ebenfalls ist es wichtig dass ihr den rasen mindestens dreimal im jahr düngt der rasen braucht einfach mehr nährstoffe als unkraut fügt ihr jetzt diese nährstoffe nicht hinzu ja dann kriegt ihr auch wieder kahle stellen und unkraut welches dann weniger nährstoffe benötigt als der rasen das macht sich dann da breit und ja wenn ihr das verhindern wollt dann sorgt einfach dafür dass der rasen genug nährstoffe bekommt kräftig und dicht wächst und schon macht sich auch kein unkraut breit dann ist es natürlich noch wichtig dass man bei der rasenpflege auch immer am ball bleibt das heißt natürlich auch dass man ab und zu mal guckt weil trotz alledem wird sich mal ein bisschen unkraut breit machen so wie bei mir hier auch und dann ist es wichtig dass man das einfach entfernt ja einfach so tief wie möglich packt und am besten mit der wurzel raus zieht damit es gar nicht mehr nachwachsen kann wie gesagt ja guckt euren rasen immer mal regelmäßig an ob sich irgendwas breit macht und dann gleich raus damit weil ja wenn ihr da immer schön am ball bleibt dann können sich auch keine großen unkraut felder entwickeln so wie er das am anfang von diesem video gesehen habt wenn euer rasen natürlich so aussieht wie dieser hier dann ist es natürlich schwierig hier mit raus ziehen raus stechen wie auch immer da ackert ihr euch dumm und dämlich da bleibt euch dann ja eigentlich nur noch eins übrig den rasen mal richtig schön zu vertikotieren richtig tief auch zu vertikotieren dann wird natürlich auch vom rasen an sich nicht mehr viel übrig bleiben das heißt ihr müsst das ganze hinterher neu wieder sehen neu anlegen sollte das mit dem vertikotieren immer noch nicht gereicht haben und ihr einfach nicht alles an unkraut raus bekommen dann ja das ganze schön umgraben unkraut aufsammeln und auch wie gesagt den rasen neu ansehen ansonsten gibt es noch eine möglichkeit da kann man ja ein herbizid anwenden das den rasen schont und unkraut vernichtet dazu habe ich auch mal video gemacht das verlinke ich euch hier mal an dieser stelle aber das ist natürlich dann ja chemie die man da einsetzt das wollen viele nicht und ist der einfachere weg kann man machen aber ja gut will ich nicht unerwähnt lassen viele sehen das kritisch aber wie gesagt wenn ihr dann das einmal machen solltet dann achtet hinterher immer schön drauf dass sie einfach am ball bleibt dass ihr euren rasen pflegt und dann sieht er auch nicht mehr so aus wie dieser hier ja ich hoffe dass dieses video euch geholfen hat wenn ja gebt mir daumen nach oben hier könnt ihr mich gerne kosten kontrollieren dann seht ihr auch weitere videos von mir sagt bis dann euer mac bis dann